Hallo, nächster Trailer am Start. Liegt ein bisschen schon ein paar Tage zurück, wann das war. Das war der 23.10.2020. Da hatte ich mal wieder meine Schlafstopp-Sendung und diesmal ohne Gast. Ich werde da bei den Wahnsinns des Systems aufzeigen, querbeet in meinem und an meinem Mikrokosmos. Wer sich das dann anschauen möchte, sehr gerne bei VK, bei Bichu, die sich den Trailer bei Wake News TV anschauen. Dann natürlich den entsprechenden Link kopieren in die Browserzeile ab damit und dann sehen wir uns ja vielleicht gleich wieder. Tschüss!